so und weiter geht's bei let's play minecraft kohle haben wir noch ein bisschen kohle naja weil dann schmeiße ich noch ein paar clean stones rein da ja auch ein paar denn wir müssen hier noch natürlich fertig machen hier oben und dann will ich mal die kürbisse da hinten das muss zugemacht werden und desto gefällt mir noch nicht ja die höhe passt so feile sagt passt da noch und dann passt es und ich glaube wir haben welchen gibt es da noch ne ich glaube das lassen wir machen wir wieder weg weil das will ich anders machen dann machen wir das da auch ein bisschen weg so passt ähm ich glaube wir haben noch ein bisschen holz in der kiste ein bisschen glaube ich in dieser naja ist jetzt auch nicht so überragend dann machen wir daraus äh lol ach so passt dann machen wir daraus äh stickies äh und dass in stickies machen wir äh zäune so äh äh so und so dann muss das doch weg werden so und dann am besten so die dummste Einführung was sie haben und so ich habe mir das nicht mehr so dann hier Zäune hier Zäune und hier Zäune dann passt es dann kommen wir hier und hier Fackeln noch genau passt dann wird das schon mal fertig aber es bleibt natürlich nicht so offen so ja doch doch aber da brauche ich mal wieder Holz müssen wir wieder Holz fällen aber ich glaube drastisch steht noch ein Baum gehen wir erst mal pennen und ich bin jetzt auch einfach mal so gewagt und steht auf einfach hallo wir haben ja eine Rüstung und ein Schwert also konnte eigentlich nichts passieren eigentlich kann auch nichts passieren okay so okay now don't pass this okay 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 jetzt die Frage machte zweier Fenster also zwei nach oben ich glaube schon aber auch ein bisschen was denn hier aus werden die nicht mehr hallo es hängt sich im 10 hängt sich immer auf mich da rein will er doch haben wir sogar noch aber das machen wir auch wieder mit glas scheiben haben wir noch glas scheiben Ja, äh. So. Ähm. Genau. Dann machen wir hier so Glasscheiben hin. Und hier. Und hier kommt noch ein Holzblock. Und ich verhunger gleich hier. Okay, dann nehmen wir die sieben Brote mal. Und das können wir dann grillen. Was brauchen wir zur Zeit nicht? Das Holz. Die ganze Erde brauchen wir mal nicht. Die Pogma hier unten hin. So viele Kobolds brauchen wir auch nicht. Da wäre auch noch Holz gewesen. Okay, es wäre Tropenholz. Das brauchen wir dabei nicht. Ähm. Das Feuerzeug brauchen wir nicht. Die Schere auch nicht. Feuerstein auch nicht. Den Gravil auch nicht. Die Erde, die restliche, packen wir mal hier hin. So, den ganzen Kobbel brauchen wir nicht. Okay, dann nehmen wir ein bisschen was. Lassen wir da. Die Setzlinge können wir draußen einsetzen. Okay. So. Okay. Und Hier setzen wir mal ein paar Fackeln hin. Äh, wenn die Bäume wachsen, sehen wir da bald nichts mehr, weil dann alles dicht ist. Nicht, dass uns da irgendwas überrascht. So. Jetzt haben wir ja keine Fackeln mehr, aber da können wir natürlich noch welche bauen. So, da haben wir, äh. Da haben wir noch ein paar Sachen so. Ähm. Das Fleisch ist auch fertig. Jetzt packen wir aber dabei wieder in die Kiste. So, die Blümchen, ja. Dann das andere Fleisch packen wir auch mal mit rein. So, jetzt haben wir da den Clean Stone. Da können wir jetzt die Wand fertig zimmern. Und wo ist die Uhr? Die Uhr sagt, ach, Minuten war ich jetzt fast vergessen. So. Die Fockeln lassen wir jetzt einfach mal da drinnen. So. Und so. Ja, okay, das können wir jetzt einfach mal zubauen. Ja, okay, eigentlich nicht, weil hier wollte ich ja gleich weiterbauen. Das können wir jetzt schon mal ein bisschen vorbauen, so. Passt. Und dann da fehlt ja da können Bilder hin oder sowas. Ja, doch, Bilder gehören hin. So, ich habe doch gesagt, wir haben noch Holz. Äh, es war Tropenholz, genau. Ja, und die Folge neigt sich wieder dem Ende. Hier entstehen die ganzen. Wollen wir mal die nächste Folge werden wir dann mal die Kaktusse nähnt. Ähm, ähm, Kürbisse. Die Kürbisse holen, da mal schauen, wo die Bäume wachsen, dann hier das Zeug fertigstellen. Zwei Türen kommen, nennen wir noch bauen. Die können wir ja auch aus dem Tropenholz machen. Ne, wir haben ja noch Holz, oder? Wir haben ja noch Holz. Zwei Türen passt. Ja, und die Türen bringen wir dann in der nächsten Folge an. Dann sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal. Euer Killer Party.